Hallo, ich bin René Antonitsch und ich werde hier die Trambein betreiben mit meiner Frau. Hallo, das bin ich. Ich bin die Savine Antonitsch und mit meinem Schatzi, wir werden das schon schaffen. Also bei uns gibt es eine bodenständige Küche, sehr ähnlich wie es war, wir sind uns auch wichtig, dass es so bleibt, wie Bernerwürstel, Hotdog und Frankfurter Pommes, Salat und Essigwurst natürlich, bleibt wie gehabt. Also kommt vorbei, danke. Kommt vorbei, wir haben ab morgen Donnerstag geöffnet und ab 1. Juni jeden Tag.